Jetzt habe ich hier die Knisterkiste von der Firma Komet Feuerwerk, 185 Teile. Da drin enthalten sind zwei Pakete Kobold Snapper, viermal Partyknaller, dreimal Kobold Kreisel, dicke Brummer, Blitz und Donner, Feuerwehrsuche, Smashing Stars und Colorspinner. Bei den Kobold Snappern und den Smashing Stars handelt es sich um Knallerbsen. Lassen wir euch erstmal beiseite und fangen an mit dicker Brummer, drei fette Farbwirbel. So sehen die aus. Feuerwehrsuche, so sehen die aus. Feuerwehrsuche, so sehen die aus. Colorspinner, so sehen die aus. Kobold Kreisel, die sehen so aus. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist gut. Es wird gut. Firma Partyknaller, das sind diese Teile. Und zuletzt Blitz und Donner, nochmal separat verpackt und so sehen die aus. So sehen wir uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war die Knisterkiste von Komet.